So, ich bin jetzt beim Balkan. Ach da ist er. Da bist du. Siehst du mich? So, das könnte jetzt ein Akt werden. Ich kann leider nicht rückwärts fliegen. Ja, jetzt reden wir. Wände sind platziert. Ja, natürlich ist er drin. So, Munition wechseln. Ist ganz in Ruhe. Wie viel hat er denn? Warte. Ähm. Screenshot. Aus dem Internet an mich. Hat ihn auch schon angewandt, deswegen weiß ich, dass er klappt. Ich hoffe bloß, dass die, guck mal, die Lücke, die da direkt über ihm ist, ich hoffe, die ist da nicht groß genug. Ich sollte nicht so viel springen. Genau. Mehr kann man da wirklich nicht drauf setzen. Jutz, ähm, fange ich mal an, ja. Wir werden sehen. Das ist doch lustig. Naja, das findest du auch lustig, Kleiner. So zähmt man alleine einen Quetzal. Wenn man schon einen hat. Ja, jetzt wird er gleich noch dran. Ja, ja. Ein Quetzal hat gewicht. Also, das Schwierigste war, den in den Foto zu bringen. Ganz krass. Das ist jetzt. Erstmal eingefangen. Na, wer geht's dir da oben so? So, jetzt muss ich den eigentlich gar nicht mehr abschießen. So, ich darf meinen Quetzal jetzt nur nicht mehr bewegen, weil sonst fällt er runter. Der liegt da aber auch wirklich bescheuert. A few moments later. Die... 14 Mal fressen. Das heißt, du musst 1400 Nahrung verlieren. Das ist... Was war das denn? Fressen. Mir ist noch nie aufgefallen, dass der Stein gespuckt. Oh ja, ich seh ihn. Heilige! Das ist doch kacke. Kacke. In der Tat. Dann fällt der runter. Fack. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein Vulkan aus, wo ich glaube, der ist neu. Cool. Da ist vor allem einer. Warum... Warum... ...müsste der... ...genau... ...überm Vulkan fliegen? Lebensmüdes Mistvieh! Die ganze Zeit dieses brennende Geräusch... ...das... ...das... ...das beunruhigt mich. Ich glaube, ich nehme auch gleich ein paar Narkose mit, ey. Sieht aber schon cool an. Scheiße. Direkt über uns. Ich... Ich... ...mag das nicht. Ich hoffe, das sind einfach Entities, die keine Hitbox haben. Die dann einfach durch uns durchfliegen. Ja, dann kannst du mal in der Schlucht reinfliegen. Da war noch einer. Ich glaube, es ist schlecht. Wichtig. Ich habe mich schon wieder... Ich sehe die Weiber. Das ist aber kack... ...die ist 170. Komm, bloß nicht zu mir. Ich sehe vor allem dich nicht. Ich sehe nur, wie es dir die ganze Zeit verursachen. Mach Sturzflug, komm weg. Ich würde sie ja abschießen, aber ich würde sie nicht treffen. Außerdem möchte ich sie nicht hierher locken. Kacke. Ja, jetzt ist auch außerhalb meiner Sicht weiter. Ja, ist ja egal. Ne, 170, das kriegst du hier nicht tot. Jetzt schön. Ja. Das blöde ist dadurch, dass du jetzt in diese Richtung geflogen bist. Wird die nicht in Wildbahn Canyon fliegen, sondern zum Vulkan. Das hatte ich nämlich schon mal. Und das ist gerade Kacke. Ja, ja, ich würde dir helfen. Ich würde mich nicht mehr aufnehmen. Ich würde mich nicht mehr aufnehmen. den griffen lebt noch 12 seconds later ich weiß nicht was es mit dir ist Ach, da bist du. Na, jetzt. Ne. Keine Fucke. Keine Fucke. Keine Fucke.